Okay, wir werden reingeladen. LOL, wie das hier direkt aussieht. Und oh mein Gott. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, wie das aussieht. Yo, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video werden wir die verbotene Brawl Stars Version spielen. Lasst für dieses Video auf Ehre ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, let's go. Okay, wir werden reingeladen. LOL, wie das hier direkt aussieht. Und oh mein Gott. Was haben wir uns hier nur runtergeladen? Wir schauen mal in den Shop. LOL, das sieht echt heftig aus. Und ich würde sagen, auf Ehre kaufen wir uns hier mal für das Video Starsilber Byron. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, wie das aussieht. Neuer Skin Starsilber Byron. Geisteskrank. Und oh mein Gott, wie die Brawler aussehen. Junge. Und rein da. Junge, das sieht so krank aus. Ein Pin. Junge, das ist einfach schwarz. Letzte Runde direkt gewonnen. Oh mein Gott, wie die Brawler aussehen. Und da ist der Sieg, das sieht echt krass aus, oha. Wir öffnen auf Ehre nochmal hier einfach so eine Big Box. Die sieht auch so mega geil Galaxy aus, fühle ich echt extrem. Oh mein Gott, das sieht sehr heftig aus. Oha. Junge, das sieht so nice aus. Ich fühle das so hart mit diesem Galaxy-Style hier gefühlt bei dieser Box. Sehr, sehr nice. Komm, wir öffnen auf Ehre nochmal hier so eine Brawl Box. Die sieht auch echt nice aus. Also fühle ich echt extrem. Das war es auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf Ehre einen Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Checkt auch gerne meinen TikTok ab und meinen Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wenn ihr diese geheime Version auch für StumbleGuys sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.